So, hier kommt der erste Überblick über diverse neue Lampen von Manker. Einerseits haben wir auch die Amca 39 Limited Edition. Diese gibt es in zwei Flutlichtfarben. Im Prinzip ist Spottlicht vorhanden. Und dann auch hier zweimal Flutlicht. Die Farbe des Spottlichtes ist fix vorgegeben. Das ist ein Kaltweiss mit um die 6500 K. Flutlicht kann man auswählen. Dort gibt es Neutralweiss und Kaltweiss. Kaltweiss auch mit 6500 K. Und Neutralweiss ist um die 4000 K. Beide Optionen sind separat kontrollierbar. Das heißt Spottlichtlicht haben wir hier individuelle Steuerungsmöglichkeiten. Hier praktisch mit dem Handgriff. Es wird diverse Videos geben, die ich mache. In Aufnahmen. Plus auch separat aussen können. Bei Imshot Aufnahmen. Dann hier die neue MK 37. Diese gibt es in zwei Gehäussfarben. Das heisst einerseits in schwarz. Andererseits auch in Sandfarben. Oder so brünlich könnte man auch sagen. Die Leuchtfarbe. Auch dort gibt es zwei Varianten. Einerseits grün. Andererseits auch noch das normal weisse Licht. Im grünen Licht haben wir noch etwas Leuchtdistanz. Hier ist es bereits sehr beidruckend. Und wenn man die Zahlen anschaut. Es ist etwas um über 1,4 Kilometer. Die ganz genauen Daten und separaten Videos wird es noch geben. Zu all diesen Modellen. Auch hier noch Stativgewinne vorhanden. Direkt an der Lampe selber. Das Gleiche müsste auch hier der Fall sein. Genau bei der MK 39. Und dann auch hier die MK 34 II. Relativ ähnlich wie die E-Malent MS 06. Jedoch noch etwas kompakter. Ist etwas kürzer. Und auch hier vorne noch. Oder respektive beim Akkukörper. Doch nochmal ein bisschen weniger im Durchmesser. Sehr sehr angenehm zum Tragen. Ich bin sehr positiv überrascht von diesem Modell. Wirkt extrem kompakt. Und hat eine substarke Leistung. Da müsste um die ca. 26'000 Lumen sein. Hier bei dieser Lampe. Und dann... Der Manker ML03. 2'000 Lumen. Ist aufladbar. Hat ein USB-C Ladeport. Hier direkt draussen. Die Lampe ist dann angebracht. Das ist ein fix eingebauter Akku. Hier hinten noch ein solider Gürtelclip. Praktisch gerade verunterlegt. Zur Befestigung von jemandem Gurt. Dann auch die D14 III. Hier gibt es... Auch wieder zwei Varianten. Mit der Leuchtfarbe. Kalt, Weiss und Neutral Weiss. Das gleiche ist auch bei der anderen Modelle möglich. Respektive hier gibt es auch Neutral Weiss, Kalt Weiss. Auch bei der MK 34 II. Das heißt, es gibt eine Option in Bezug auf die Leuchtfarbe. 4'000 Räume. Bei diesem Modell ist es sehr kompakt. Und hier ist, sofern ich mich richtig erinnern, 18350 Akku dabei. Und dann hat die MC 13. Eine kleine Flower-Lampe für hohe Leuchtdistanzen. Hier gibt es sehr zahlreiche Optionen in Bezug auf die Leuchtfarbe. Weiss, Blau, Grün, Gelb und Rot. Das ist auch sehr möglich. Das kann man alles wählen hier. Bei dieser Lampe. Stark fokussierter Strahl. Welche Leuchtdistanzen. Es wird wahrscheinlich nicht direkt Videos geben. Von diesen zwei Modellen hier rechts. Die wären allerdings auch bestellbar. Je nachdem auf Anfrage. Es ist noch nicht ganz klar, ob es im Shop eintragen wird. So sieht das aus. Mit diesen Lampen vom Anker. Weitere Videos folgen. Inklusive auch den Beam-Shotaufnahmen. Danke fürs Zuschauen. Weitere Angaben sind auch im Online-Shop unter mueller-autor.ch publiziert. Jetzt freue ich mich auf eure Nachrichten, eure Kommentare oder dann natürlich auch auf eure Bestellungen.